Der Bogen von denen ist nicht mehr ganz oben, ihr könnt hinten stacken, stackt euch, stackt euch, stackt euch. Ja, wenn ihr auf dem Weg. Oh, jetzt bringt E10 mit nach oben und macht direkt TNT. Wo ist der letzte? Alle vier Bases. B, ich mach halt, was ich? Ja, wir machen halt. You can't take it back, no. I've got so much left to say, I'll take my words and walk away. Tribunal, ach, die... Tribunal, ach, die... Tribunal, ach, die... Ich bin nicht mehr. Scheiße. Was, Noni-Ko, was willst du noch heißen? Ja, stimmt schon. Ich stand da halt echt safe. Was ist mit Vergiven, Mann? Der hackt halt. Worte eben, da sind direkt zwei Stück, ein Half-Ko und eine Rock. Soll ich dann... Ich mach da einfach schon, weil einer flachen Mitte. Hä? Ja, er baut Flachenmitte. Ja, ich mach, ich mach. Hast du Weapon? Kannst du schau mal, kannst du... Nein, das war Sprengen. Och Gott, was machst du denn? Ey, boll best... Bettwissen, die kommen gleich. Hä? Da war doch niemand. Warte mal Bett ein, warte mal Bett ein. Ja, klar. Vorsicht. Das war unnötig. Ja, okay. Was schielst du? Das streicht ja echt denn so an. Ja, unser Bett ist jetzt so ziemlich weg, Leute. GG. Er wird vorne hingehen. Ja, das wird auch. Er war uns gut auf, Tanch. Ja, gut auf. Frog. Ted. Baby, you can count on me now. When you're falling down, down, down. I will find the light in your soul. I'll be there. I'll be there. Ich bin mir nicht mehr verletzt, ich bin mir nicht mehr verletzt, ich bin mir nicht mehr verletzt. Wir bringen den Rott, stirbt mir jetzt einfach nicht. Geh schnell Melo, er hackt. Einer kommt, 1stack, runter Achtung, Achtung. Nice. 1stack, 1st Schicht. Thiefed. Thiefed. Oh mein Gott, das war so lucky. Schnaupt die in der Westline, sorry. Junge, seine Hits man. Ey nochmal 3 Hits dabei, gib mir noch. Jetzt hat er keine Blöcke mehr. Ja, das war's. Tick, holtest du? Ey, hast du die Blöcke, die ich hier übergeblockt hatte? Die hab ich geschnurrt, die hab ich geschnurrt. Boah. Ey, der schießt wieder. Oh, dach, jetzt ... Wau, oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 oh, 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 oh. Hey, wie kannst du er holen? Erste Schicht? Erste Schicht, er ist aber low. Aber ich bin ein Junge, wie viel tankt er? Hey, er ist Beck! Ich will jetzt gleich mal in Ruhe meine 궁ate holen. Der ist Omerzso Geschichte? Unser TNT Schicksal Hör Ist er safe? Er kann aber nicht mehr Es ist noch eine vielleicht oben für Emergy Milo bleibt bei Hab ihn Untertitelung des ZDF, 2020 Stoppen Eier Ey, er wird zurückgepackt Er lebt aber nicht mehr Und er Erst Schicht, erst Schicht Zweite, zweite Schicht Jetzt ist er erste Trieft sich Er hat drei Hips Er kann es noch mehr Ja Warten die das dumm gemacht O O O O O O O O Ey, gucken die da in die EZ hier, was machen die die ganze Zeit? Ja, er ist durch, er ist durch, ich geh runter. Hat nen Hit. Ey, er wird nur zurückgepackt, ne? Ja, ist doch wegen mir. Halt den da drin, haben wir. Sehr schön, Jungs. Oh, ja, der muss ich. 5. 1. 1. 2. 3. 5. 5. 5. Junge, er hätte mich die ganze Begriffe getroffen. Zweiter, äuferste Schicht. Auch geschafft. Der eine würde auf die Chess gehen und der andere aufs Bett, Leute. Nein, boss dich ein. Ich hab ein, zwei mal getroffen. Ja, warum ist halt beide, oder? WAH! Letzter Hit, wa? Ja, Digga, wie viel war das? I have your friends beside you like my Pesos. Remember me for my name is Perseus. My name is Perseus. My name is Perseus. My name is Perseus. Perseus. Er hat ganz viele Schafe gesetzt, erste Schicht. Hermes runter, runter. So. 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 Das war's mit den ganzen vielen Schafen die er noch hatte Danke Danke Ich würde sagen, ihr könnt jetzt schon EP werfen Ich fände schon nicht gut Der Spammer ist der gut Ey, schon wieder sein Hit, ne? Ey, supporte mal einen nach oben Ja, Milo geh mal um support Milo geh mal um support Boah, bis ich oben bin, hat er halt schon wieder 1-2 Schichten SP, weil das so hoch ist Irgendwas dabei haben Ja, ich geh wieder mit oben Dieser Thio hat damage bekommen, glaub ich Milo hier ist da Ja, Milo da Ganz hinterher Ich bin on the way, ey Er kommt hoch, er kommt hoch Niga Alter, wie OP ist das denn jetzt? Er ist unter dir Tänzen Aber ich bin auch gleich da, ich bin hinter ihm Ja, der ist down, der ist down Naja, der ist jetzt wieder Einer da, bleibt einer da Bleib einer da Oh, ich auch Hehehe So, jetzt bring ein EC mit nach oben und mach direkt TNT So ist der letzte Alle vier Bases Warte, pass auf dich irgendwie vor die Bases Ja, ich kauf grad einen Hier, da ist auch Bronze und alles So, EC ist gekauft Zack Oh, ich bin ja weg, schock Jo Liegt doch Und ne Steinpicker oder so Ja, Steinpicker Äh, steinige Picke Jetzt habt ihr zwei reizender Mensch Also, ich kann dir scharfe TNT alles rein Basebogen schieben Jo, pack mal die Schafe rein Ja, das Game ist drin Ja, das Game ist drin Jetzt einfach nur noch runter Ey, ich mach nicht geteilt Ich mach scharfe Hauptwerk und dann TNT Ja, eventuell Ja, ich kauf mir Steak in der Base Oh, eine Schafe ist ein bisschen am 8 sein Das Game soll durch sein Hier kannst 6 TNT reintun Ok Äh, ich hab 7 gemacht So, 7 TNT sind drin Dino, du musst den noch holen bevor du TNT machst F3B Warte noch Ja, wir machen halt Du hättest schon jetzt frei Mach er mit G schon mal Oder? Ja, mach Waste of down, hab ich Schöne Dino Ui, hä? Lebt mal einer? Ja Ah, meistlich 4 Lips, 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 Lips Ja, ich habe jetzt